Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 10. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1021 mit den folgenden Themen. Measure, Suchmaschine, Stadia, Lightline, Podcasts, 5530, SmartThings und You. Ich starte gerade mit der App Measure aus dem Hause Google. Eine AR-App, die es euch erlaubt hat, Gegenstände zu messen. Ausgeliefert von Google im Jahre 2019. Man konnte da einfache Distanzen und Abstände oder Grössen messen. Hat nie wirklich viele Updates erhalten. Bekommt in Zukunft auch keine mehr. Wer sich die App noch nicht runtergeladen hat aus dem Play Store, findet die gar nicht mehr, weil sie Google da rausgezogen hat. Wer sie sich schon mal runtergeladen hat, der bekommt sie nach wie vor zum Runterladen. Aber wie gesagt, ohne weitere Updates. Wer Sideload aktiviert hat, kann die APK noch runterladen und der App dennoch so eine Chance geben. Da man aber sehr viel Feedback bekommen hat, wie nach dem Motto, funktioniert nicht, ungenau und sowieso, würde ich sagen, macht das nicht wirklich Sinn. Und wenn ihr was sideloadet, dann bitte schliesst die Lücke wieder im Anschluss. Nicht, dass da dann sonst noch was reinkreucht, was ihr nicht unbedingt auf eurem Smartphone haben möchtet. Dann streicht Google auch Gebühren. Und zwar solche, nicht für euch, sondern alternative Suchmaschinen. Google ist ja längere mehr im Gefecht und in Streitereien, nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auch in Amerika und vielen anderen Ländern, dass sie eine Vorstellungsmacht, wie heisst das, eine Übermacht haben gegenüber anderen. Im Jahre 2019 hat Google das Ganze einfach gemacht und gesagt, gut, machen wir eine Auktion. Diejenigen, die auf der alternativen Anzeige angezeigt werden wollen, die müssen via einer Auktion uns Geld in den Rachen schmeissen. Das macht Google jetzt nicht mehr so. Wahrscheinlich nicht freiwillig, sondern eher eben wegen kartellrechtlichen Problemen oder sonstigen Geschichten, was da noch so rumfleucht. Und deshalb wird man ab sofort 5 plus 7 weitere Suchmaschinenanbieter aufzeigen. Nicht nur die ewig bekannten, sondern jetzt auch noch zusätzlich mehr. Ich bin gespannt, was da nächstens auftauchen wird. Dann gibt es Neuigkeiten von Google Stadia auf dem iPad. Die Möglichkeit, die Stadia im Browser zu spielen, das ist jetzt endlich raus aus der Beta. Google sagt dem nicht mehr Beta und somit soll das vernünftig funktionieren. Wer Zeit hat, unbedingt mal ausprobieren. Dann gibt es Neuigkeiten vom Gadget oder Taschenhersteller und Accessoirehersteller Feuerwehr, ein deutsches Unternehmen, das aus alten Feuerwehrschläuchen Produkte macht, wie ein Rucksack oder eine Tasche oder ein Portemonnaie etc. Und die haben jetzt, und das startet ab heute in 5 Tagen und wenigen Stunden, ihre Lightline-Serie. Das ist eine limitierte Auflage von verschiedenen Produkten aus ihrem Haus, von einem Portemonnaie über Bauchtasche, über Handyhüllen bis hin zu Rucksack, Umhängetaschen etc. Wer da also möchte, unbedingt sich die Zeit nettieren und dann zuschlagen. Mir gefällt die Farbe. Ich bin ja von den Produkten selber schon begeistert. Ich habe eine iPhone-Hülle. Gut, die ist noch für ein ganz kleines iPhone von ganz früher. Aber ich habe auch eine Bauchtasche von denen und mag die auf jeden Fall sauber verarbeitet und hebt ziemlich, ziemlich lange, würde ich doch mal sagen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple Podcasts Abonnement. Die starten jetzt, nachdem sie jetzt nicht im Mai gestartet sind, starten sie offiziell Mitte diesem Monat. Am 15., also schon nächste Woche ist es soweit, dann geht in 170 Ländern und Regionen dieser Welt die Premium-Abonnements online. Ich bin mal gespannt, was da für Podcasts aufspringen werden. Und ja, was soll ich machen? Ich könnte ja eine Sonntagsausgabe machen, die es dann per Premium zum Download gibt. Lasst mal wissen, wenn das was für euch ist. Mal schauen. Zum Ausprobieren wäre es auf jeden Fall mal was, weil man möchte ja wissen, wie das Ganze funktioniert. Dann geht es weiter mit FritzOS 7.27. Also 7.27. Ein solches Update gibt es für die neueste Fiberbox aus dem Hause AVM für die 5530. Und da nochmals der kleine Hinweis. Auf geektalk.ch findet ihr in der 2521 eine Sonderfolge zum Thema Glasfaser. Wer das noch nicht angehört hat und da grundsätzlich im Thema ist, gerne mal reinhören. Weiter geht es mit Samsung und SmartThings. Das ist die Oberfläche für all die Geschichten von IoT, Gadgets etc. Da hat Samsung nicht nur in den mobilen Apps, sondern auch in der Windows App die Oberfläche überarbeitet und ein bisschen benutzerfreundlich gemacht. Das Ganze wird jetzt unterteilt in Favoritengeräte, Leben, Automation und natürlich das Menü, wo ihr dann noch zusätzliche Einstellungen machen könnt. Viel Spass beim Updaten und auf dem progipsi.ch Blog findet ihr einen neuen Testbericht zu der U-App, der Finanz-App zum Zahlen, Sparen und Investieren von der Schweizer Post und Swissquote rausgebracht. Die habe ich jetzt über den letzten Monat ausgiebig getestet und freue mich natürlich auf, dann wenn der erste Monat rum ist und es eine Ausschüttung in die Swisscoins gibt. Mal schauen, ob ich dann zum Millionär werde oder so. Ähnlich, irgendwie, wahrscheinlich. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.